Wow, was ist das denn hier alles? Pizza? Ich wäre verrückt, ey. Ich wäre fett nach Hause gekommen. Hier kann man frisches Bier zapfen, Wasser. Na ja, und da gibt es halt die anderen Softgetränke. Zitrone, Eiswürfel. So, jetzt Fleisch, Fleisch. Der Tüntelchen schmeckt so lecker. Der ist richtig lecker. Da gibt es hier schöne Nudeln. Das wäre so Mario, hier war die Pizza drin. Dann Tomaten. Dann hier haben sie noch so einen schönen Braten. Das wird so schön. Töntelchen. So. 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 Vielen Dank.